Wir freuen uns auch, dass wir heute unser Projekt hier vorstellen dürfen. Ich bin Miriam von Über den Tellerrand Kochen Köln. Was wir mit unserem Projekt machen und was wir möchten und was wir auch tun, ist Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen durch Kochen zusammenzubringen. Als Teil eines deutschlandweiten Netzwerkes und als gemeinnütziger Verein, der vor 14 Monaten gegründet wurde, organisieren wir in einem Team von acht Leuten regelmäßig Koch-Events zwischen Geheimateten, also Menschen, die schon länger hier leben, und Geflüchteten. Und weil wir so überzeugt sind von diesem Konzept und der Wirkung des gemeinsamen Kochens, weil auch dort mit wenig Sprachkenntnissen Austausch auf Augenhöhe stattfinden kann, Freundschaften entstehen, das Feedback der Teilnehmer unheimlich gut ist und die Nachfrage ist so groß, dass wir sie kaum bedienen können, möchten wir das Projekt gerne wachsen lassen und einen sogenannten Kitchen Hub gründen. Das heißt, wir möchten ein Zuhause für das Projekt, für die Community, die stetig wächst. Inzwischen sind wir über 150 Mitglieder und genau, das ist so das Ziel, was wir gerade angehen. Teil dieses Kitchen Hubs wird immer, also als Herzstück, das über den Tellerrand Kochen bleiben. Wir möchten es aber gerne erweitern, um ein Eventprogramm rund um die Themen Küche, Kunst und Kultur, ein interkulturelles Weiterbildungsangebot und vor allem professionelle Kochkurse von den hervorragenden Köchen, die wir bei uns im Projekt haben. Was wir bis hierhin schon gemerkt haben, ist, dass Zusammenarbeit unglaublich hilfreich ist. Netzwerken, wir haben uns mit unglaublich vielen Integrationsprojekten hier aus Köln und Bildungsinstitutionen schon zusammengeschlossen und möchten das auch weiterhin tun und diesen Raum dort nutzen und auch zur Verfügung stellen, um eben gemeinsam zu arbeiten. Gemeinsam gestalten werden wir den Kitchen Hub mit Architekten und Studenten von der Hochschule in Düsseldorf, die wir wunderbarerweise schon mit im Boot haben. Und genau, was wir eigentlich jetzt nur noch brauchen, ist ein Raum hier in Köln, also nur noch bezahlbaren, ein bisschen Stadtkapital und immer natürlich Manpower. Wer uns unterstützen möchte, sehr gerne. Ich bin heute vom Projekt alleine hier, weil wir ein Kochevent haben. Also wir machen das wirklich mehrere Male im Monat und heute Abend findet ein statt im Familienforum. Und wenn ihr Lust habt, auch einfach mitzukochen, immer jederzeit gerne. Ihr findet uns auf Facebook und auch auf unsere Events. Genau. Applaus 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 Applaus